Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 20 Mobile. Schön, dass du wieder eingestellt hast hier zu der nächsten 20 Uhr Folge. Jawoll, wir gehen rein ins Team of the Year Event. Let's go. Ich habe mir nämlich ein paar Verteidigungspunkte gegönnt. 247 habe ich jetzt am Start. Es reicht leider nicht aus, so wie ich es ausgerechnet habe, bis ganz hinten, bis zu Oblak. Aber wir haben ja noch 10, 11 Tage Zeit. So lange läuft das Event ja noch und das heißt, wir kriegen auf jeden Fall hin, uns ein Van Dijk sicherlich zu holen, sodass ich die Münzen für den Van Dijk nicht ausgeben muss. Die Münzen muss ich dann lediglich für Robertson ausgeben, weil Robertson möchte ich ja auch in meinem Team haben. Aber wir holen uns jetzt erstmal die Belohnungen ab, die hier beim Totti Verteidigungspfad gibt. Nochmal 20 Starter tauchen. Die schmecken natürlich auch. Schmecke, die schmecke, die schmeckt. Das Weitere ist dieses Video unterstützt von OneFootball. Ihr kennt sicherlich OneFootball, aber sollte hier jemand dabei sein, der OneFootball nicht kennt. Das ist eine Fußball, wo ihr wirklich alle Informationen zur Bundesliga, Premier League, Serie a la Liga bekommen könnt. Unten in der Videobeschreibung könnt ihr euch die App kostenlos gönnen. Und dann machen wir mal hier weiter, Leute. Ein Elite-Spieler ist am Start. Welcher Spieler wird es sein? Ach du heilige, Zantiger-Sorla. Ja, lohnt sich überhaupt gar nicht zu verkaufen. Kann ich gleich einsetzen, um mein Mittelfeld zu trainieren. Aber selbst die 20.000, 30.000 Erfahrungspunkte, die bringen jetzt erstmal gar nichts. Rein gar nichts. So. 600.000 Münzen. Die sind natürlich auch nice. Also in den nächsten Tagen können wir den Obluck abholen und dann sicherlich auch einen Fandalki-Mikey. 420 Skillboost-Karten, Verteidigungsskillboost. Die sind natürlich auch geil. Mal gucken, vielleicht können wir sogar unseren Skillboost verbessern. Also einen von unseren Verteidigungsskillboost-Karten. Wäre natürlich auch nicht verkehrt. Übrigens von den Vorteilspunkten. Da fehlt mir jetzt noch. Hier, guckt euch an. Mir fehlen 28 Pünktchen. 28 klitzekleine Pünktchen. Dann habe ich hier Obluck und bekomme 80 Verteidigungssstarter-Token. Und dann habe ich insgesamt Verteidigungssstarter-Token. Dann habe ich 80, 125. Und dann kann ich mir halt hier auch nochmal die und die abholen. Das bedeutet, ich habe dann... Mir fehlen 28, 58 fehlen mir. Dann habe ich hier 75, habe 125, habe 200 Punkte, habe 200 Verteidigungspunkte. Kann mir Van Daiki-Mikey holen. Und dann habe ich noch 25 Punkte übrig. Keine Ahnung, ob ich dann irgendwie noch... Ja, 25 Punkte muss man ja eigentlich nicht wegschmeißen, ne? So vom Ding her. Aber mal gucken, Leute. Lasst euch überraschen, was ich mache. Auf jeden Fall möchte ich einen Van Daik haben. Weil das ist ganz, ganz wichtig, den Typen da hinten drin zu haben. Alleine schon, dass der halt jetzt schon, ohne was zu machen, hat der 106 mit Skillboost. Das ist natürlich ultra geil. Ramos kann ich dann verkaufen. Hier Wobotson. Hier früher oder später. Ja, am besten, am liebsten Sadio Mane, da einen Mbappé, da Zidane. Und dann bin ich sehr, sehr zufrieden mit meinem Team. Und mal gucken, was dann halt noch so in Zukunft für Karten rauskommt. Vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Rechtsverteidiger, wo ich sage, Alter, der ist noch geiler als Cavajal. Oder vielleicht kommt mal Ramos noch als ultimativ heftige Innenverteidiger-Karte. Dann kann ich Piqué ersetzen für Ramos. Genau. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Das wissen wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht. Was ich euch noch zeigen wollte, Vorteilspunkte, Leute. Wir werden auch in den nächsten Tagen die 109er-Gesamtbewertung knacken. Weil mir fehlen nur noch ein paar Pünktchen hier bis zum letzten Vorteil. Und dann haben wir die 109er. Und dann habe ich alle Vorteile bekommen. Und deswegen würde ich auch sagen, machen wir heute mal, anstatt Versus-Angriff, anstatt 1 gegen 1, machen wir hier das Liga-Turnierchen. Und man muss auch sagen, was das hier für ein Matchmaking war. Wir spielen einfach gegen eine Liga, die auf Rang 919 ist. Die Nachbarn schreien so laut. Der große BM. Da könnt ihr mal sehen, was der Verrückte mir hier für WhatsApp-Nachrichten schreibt. So. Guckt euch diese Gegner an. Das ist wirklich krank. Ich weiß gar nicht, gegen wen ich da spielen soll. Aber ich glaube, wir werden als Liga leider verlieren. Wir haben natürlich... Ich finde, meine Liga ist richtig stark hier. Alleine mit Münster, der absolut rasiert. Mit 117. Das ist wirklich absolut krank. Und dann kommt aber so eine Liga, die halt wirklich im Durchschnitt 100, 809 haben. Und wir sind im Durchschnitt nicht... Ich weiß nicht, was unser Durchschnitt ist, der Hashtag Pax Army hier. Aber ich glaube, eher so 100, 506 ist der Durchschnitt. Egal. Aber trotzdem. Vielleicht ist die Liga ja relativ inaktiv. Das ist eine USA-Liga. Bedeutet, die Zeit ist 8 Stunden versetzt, glaube ich. Oder 9 Stunden versetzt. Je nachdem, wo die halt in den USA leben. Da gibt es ja 4 Zeitzonen, 5 Zeitzonen. Leute, prangert mich nicht an. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, 3, 4 Zeitzonen, 5 Zeitzonen gibt es in den USA. So, ab geht's. Erstes Liga-Spielchen gegen Jimmy. Jimmy. Jimmy, 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 Jimmy. Jimmy Newton. So, ab geht's. Gucken, wie viele Tore ich machen kann. Mein Ziel sind mindestens 50 Tore. 50 Tore in 3 Zügen ist definitiv machbar. Auch gegen Jimmy. Gegen Jimmy, 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 Jimmy. Und das ist das 2-0. Wen hat er eigentlich da am Kasten? Das ist Oblak. Ein Glück, nicht Kurt, war... Wäre es ein Gegner mit Courtois im Kasten, würde ich erst gar nicht spielen. So ein Ding ist das. Courtois ist ekelhaft. Aber das wisst ihr ja. Und deswegen habe ich jetzt Courtois auch im Kasten. Seit einigen Folgen. So, ab nach oben. Sabitzer direkt. Das empfehle ich euch auch, Leute. Das empfehle ich euch auf jeden Fall. Schießt direkt. Macht einen Steilpass, macht einen Pass und schießt dann direkt drauf. Weil dann sind die Schüsse für mich, so habe ich, so ist das, so ist das, ähm, so ist mein Empfinden. Dann sind die Schüsse noch ein bisschen, dann kommen die Schüsse irgendwie stärker aufs Tor. Die kommen besser aufs Tor und die sind mit einer höheren Wahrscheinlichkeit drin. Natürlich könnt ihr jetzt nicht aus 40 Metern einen Steilpass spielen und dann ist der, natürlich, dann ist er nicht drin. Aber so am 16er kann man auf jeden Fall hier, so ein Ding hier beispielsweise, zack. Ja, okay, das war jetzt, den musste man annehmen, das war auch noch zu weit weg, für meinen Empfinden. Aber wenn es halt, wenn es Situationen gibt, wo man wirklich einen schönen Steilpass spielen kann und dann direkt abschließt, schließen kann, dann macht das auf jeden Fall jetzt hier beispielsweise, zack, nach unten. Und, ja, okay, das war jetzt eher ein Zwetti-Pass, das war auch ein blödes Beispiel, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. So, Forsberg, Elftor haben wir schon. Das ist ganz gut nach 23, 24 Minuten. Den schieße ich, den baller ich direkt ins Aus. Den baller ich direkt ins Aus und Messi macht bitte das zwölfte Tor. Läuft bei ihm, Sabitzer. Sabitzer, 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 nein, der, nein, nein, ich wollte noch unten spielen. Da war er zu langsam, Forsberg. Forsberg, ab in die Mitte, da ist Sabitzer, hier die RB Leipzig-Kombo. Naja, für 50 Tore brauche ich ja mindestens eigentlich 17 Tore. 17 Tore im Durchschnitt, 3x17 sind 51. Hashtag Mathe, Abi, Kappaklaus, Nikolaus, 15 Tore jetzt. Ja, es ist machbar, es ist definitiv machbar. Messi nochmal mit dem schönen Finesse, aber der Keeper ist dran und das kostet sehr viel Zeit. Und das kostet noch mehr Zeit. Mann, Junge, jetzt ärgere ich mich ein bisschen darüber, dass ich hier die Chancen so leichtfertig ausspiele. Aber Ramos ist ein Kopfballmonster, Leute. Ramos ist ein absolutes Kopfballmonster und De Jong ist ein kleiner Lümmel. So, jetzt habe ich aber auf jeden Fall schon mal 17. Ich kann ja, also 18 werden nicht verkehrt. Dann habe ich jetzt hier eins mehr gemacht, als ich eigentlich muss. Muss in Anführungsstrichen, ich muss natürlich gar nichts. Aber 18 Tore sind schon ganz okay, sage ich mal, ne. Gegen einen 109er. So spiele ich meine Turniere. Könnt ihr auch mal sehen, wie ich meine Chancen herausspiele. Gerade an diejenigen, die hier auch in meiner Liga sind. Beispielsweise Wuhu. Wuhu mit 12 Toren. Mit 3 Zügen. Ich weiß nicht, gegen welche Teams Wuhu gespielt hat. Aber das ist sehr... Guck mal, gegen Ice hat er gespielt. Gegen Ice. Und gegen... Gegen wen hat er noch gespielt? Gegen Messi. Gegen Ice, gegen Messi. Und gegen... Wir müssen ja hier, Leute, Fehleranalyse. Ganz wichtig. Man muss ja als Liga gemeinsam stärker werden. Dr. Mind. Also Ice, Dr. Mind. Dr. Mind hat... Was für eine Bewertung? Carlo Vector hat 109. Okay, das ist... Okay. Ice hat auch 109. Und den letzten habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ist ja aber auch egal. Aber 12 Tore, das ist mir auch ein bisschen zu wenig. Wuhu. Kann man eigentlich auch die Chancen angucken? Kann man sehen, wie er gespielt hat? Ne, das kann man leider nicht sehen. Ich kann hier nur die Schriften, aber das bringt mir ja nichts. Ähm. Ich sag mal so, ein Minimum sollte eigentlich jeder, egal was für eine Gesamtbewertung. Auch wenn ich... Ich kann jetzt auch mal... Leute, ich spiel mal jetzt einfach... Wuhu hatte... Wuhu hatte 105. Und er hat gegen den 109er Team gespielt. Ich hab 108. Und ich spiel jetzt einfach mal gegen Gok. Der hat 112. Also auch vier Gesamtbewertungen besser als ich. Und mal gucken, wie viele Tore ich gegen so einen Gegner mach. Da bin ich jetzt mal... Gespannt. Hat auch... Oh, Zidane hat ein Courtois. Nein, ich hätte nicht gegen diesen... Ich hätte nicht gegen diesen Gegner spielen sollen. Der hat ein Courtois. Und Courtois ist immer ekelhaft. Hehehe. Aber schauen wir mal. Ich geb trotzdem mein Bestes. Und ich will jetzt einfach mal so herausfinden, wie viele Tore ich gegen... Oh, was ist das denn? Forsberg. Forsberg. Alter. Ich raste aus. Ich raste aus. Nach fünf Minuten nicht ein Tor. Weil Forsberg einfach keinen Bock hat zu spielen. So, erstes Tor. Kommt, Forsy, Borsy. Forsberg, Forsberg, Forsberg. Und das ist halt... Oh, Junge. Courtois. Heftig. Gegen jeden anderen Keeper hätte Forsberg den reingemacht. Aber Courtois ist wirklich anders. Anders brutal. So, Messi. Messi, jawohl. Dann muss da halt schon Messi aufs Tor schießen. Messi ist genauso anders wie Courtois. So, vier Tore. Das ist... Ich glaub nicht, dass ich jetzt noch meine 50 Tore schaffen kann, weil ich halt... Oh, jetzt schieß ich noch an den Pfosten. Jetzt, Leute. Jetzt ist wirklich der Wurm drin, ne? Gerade dann, wenn ich's euch zeigen möchte, hier, ne? Klappt gar nichts. Vier Tore. Was hat der Wuhu? Ich hab's auch schon wieder vergessen. Hehehe. Äh, Alzheimer kickt rein. Alzheimer kickt absolut rein, ja? 5 zu 0. Ich verliere den Ball. Ich glaub, Wuhu hatte nach drei Zügen zwölf Tore, ne? Das heißt, er hat im Durchschnitt vier Tore gemacht. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich guck gleich einfach nochmal nach. Ich guck gleich einfach nochmal nach. Sabitzer. Überragendes Tor. Sieben Törchen. Aber selbst wenn man gegen stärkere Gegner spielt, man... Es ist möglich. Es ist auf jeden Fall möglich, in drei Zügen mehr als 20 Tore zu machen. Da lege ich mich fest. Wichtig ist natürlich, wenn man Chancen hat, die... Wo man schon, keine Ahnung, so fünf Minuten verspenden muss. Wie beispielsweise diese Chance. Schießt direkt ins Aus, Leute. Schießt direkt ins Aus. Und spielt diese Chance gar nicht aus. Weil A, ist es ja nicht mal zu 100% sicher, dass ihr diese Chance reinmacht. Und B, verschwendet ihr halt so viel Zeit. Diese Zeit könnt ihr nutzen für weitere Chancen, die ihr danach bekommt. Genau hier, die Chance auch ins Aus. So spiele ich halt, ne? Ich würde gerne mal Spielzüge sehen von den richtigen Pros, sage ich mal. Von richtigen, richtigen FIFA Mobile Pros. Ich bezeichne mich jetzt nicht als Pro. Deswegen würde ich mal gerne sehen, wie... Wirklich richtige FIFA Mobile Pros hier die Chancen ausspielen. Ich habe jetzt zehn Tore gemacht. Zehn Tore. Wenn man das hochrechnet, würde ich 30 Tore machen gegen einen Gegner, der vier Gesamtbewertungen besser hat als ich. Ich habe jetzt insgesamt 28. Meine 50 Tore kann ich wohl abschminken. Aber ich versuche trotzdem nochmal... So was hat ein Miest. Ich gucke mir erst das Team vorher an von Miest. Wenn er Courtois hat, spiele ich nicht gegen Miest. Weil das ist echt mies. Er hat einen Alisson. 88er Alisson. Ja moin. Dann spiele ich mal gegen ihn hier. Ich spiele gegen Miest, Leute. Das letzte Spiel. Ab geht's. Wenn ich noch meine 50 Tore schaffen möchte, muss ich jetzt gegen Miest. Sage und schreibe... 22 Tore machen. Ja. 22 Törchen machen. Ab geht's. Und gegen Alisson. Machbar? Fragezeichen. Drückt mir die Däumchen, Leute. Drückt mir die Däumchen. Drückt mir die Däumchen. Flanke auf Messi. Und Messi mit dem Kopf. Und Sabitzer das 2-0. Wisst ihr, bei der Partie davor hatte ich nach 5 Minuten nicht ein Tor. Jetzt habe ich nach 5 Minuten 3 Tore. Ja, okay, nach 6,5. Aber so Pi mal Daumen, ne? Ab ins Aus. Weil das war eh eine blöde Chance. Werner. Nicht gut. Forsberg nach unten. Messi. Messi, 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 Messi. Messi, Courtois hätten rausgefischt. Ich sag's euch. Courtois hätte den Safe gehabt. Aber absolut sicher. So, Forsberg ab in die Mitte. Sabitzer. Sabitzer 5-0. Elfmeter schmeckt immer, Leute. Weil A tickt die Zeit nicht weiter. Nur ganz, ganz minimal, wenn man den Schuss ausführt. Also Elfmeter sind wirklich... Unge würde sagen... Okay. Unge würde im Gegenteil, am Gegenteiltag sagen... Ähm, Elfmeter sind Gift. Aber Elfmeter sind wirklich mega heftig. Muss man ja mal hier an dieser Stelle rauslassen. Und das war wieder dumm. Und ich glaube, die 50 Tore kann ich jetzt wirklich final... Kann ich einen Haken hintersetzen. Weil die werde ich hier leider nicht mehr schaffen. Aber egal, komm. Werner. Übrigens, wenn ihr noch eine Liga sucht und einen... Ja, sag ich mal mindestens 100, 500, 600, 100, 700, 100, 800. Natürlich, wenn ihr ein ultra heftiges Team habt. So wie Münster oder so mit 120 oder so. Könnt ihr sehr gerne eine Anfrage schicken. Weil die Inaktiven werden rausgeschmissen. Und da sind wir auch... Schmerzlos, sag ich mal. Es gibt keine Ausreden. Wer nicht spielt, der spielt nicht. Der wird rausgeschmissen. Ganz easy peasy. So läuft das bei uns ab. Weil wir wollen halt versuchen... So gut wie... Was ist das denn? LOL! Alter, sei ja noch nie gesehen. Was für ein Fail. Junge, Junge, Junge. Also wir wollen... Ich wollte meinen Satz hier noch beenden. Wir wollen natürlich versuchen, so gut wie jedes Liga-Turnier zu gewinnen. Ja. Ab geht's. Elftes Tor. Ja, 13 sind noch machbar. Nach unten Messi. Nochmal an Van Daiki, Maiki vorbei. Messi ab in den Winkel. Zwölftes Türchen. Sabitzer. Sabitzer mit dem 13. Okay, 14 noch. Wenn Messi jetzt die Chance nutzt. Messi, 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 Messi. Ja, okay. Nein, ich wollte nicht da. Mann, ich wollte nach hinten spielen. Okay, dann mache ich leider nur 13 Tore und habe jetzt insgesamt, glaube ich, 41 gemacht. Ist in Ordnung. Ähm, geht besser. Geht aber auch schlechter. Ich bedanke mich jetzt hier für Suu schon heute mal. Ähm, haben wir das Liga-Turnierchen gemacht. Ich kann ja hier mal ganz kurz durchschauen. Wu hatte... Nochmal um zur Kontrolle. Wu hatte nach drei Zügen zwölf Tore und das ist im Durchschnitt einfach wirklich zu wenig. Vier Tore ist zu wenig. Hier, guck mal. Babo, das ist gut. Babo hat mit einem 103er-Team 14 Tore gemacht. Das ist sehr, sehr gut. Und hat sogar 106 Chemistry. Was denn los, Babo? Was macht denn Babo da? Babo, was los bei dir? 106 Chemistry? Das geht auch besser. Leute, ich bedanke mich für's Zuschauen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Und dann bin ich raus. Haut rein und tschüssi, Kofsky. Hussein Eliot. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und dann bin ich raus. Küchüsli. Hey, ich kann es jetzt.